wie eine helle Substanz, die schließlich an den Außenseiten des Körpers zu leuchten beginnt, was sich jedoch nur selten beobachten lässt. Trotzdem das Lichtpotenzial der Literatur darf man nicht unterschätzen. Falls mit dem Menschen ein Anfang gesetzt ist, dann wird auch die Sprache davon Zeugnis ablegen. Was, wenn Distanzen sich nur als verzögertes Erkennen verwiesen? Antwort. Ein Antwitzwort, hör- und verstehbar, dem man blind vertraut, wie ein Thermometer, wie ein Belichtungsmessel. Instrumente, die plötzlich bedeutungslos sind, und Schwerkraft, den Widerstand des Westen zu übergeben. Obwohl die Schrift hier Bilder hervorruft, bleibt stets eine schmale Kluft, eine leere Hinübe zur Bildwirklichkeit. Doch gerade die Lücken lassen mich glauben, dass Passagen jederzeit möglich sein müssten. agna antwitzihadistik Leggeräusche Leggeräusche 울 Vielen Dank.